Die darf jetzt nicht wegfliegen. Ich muss ein Beweisfoto haben. Du scheiße, ich habe ja nur Nisse drin. Oh, sieht die gefährlich aus. Das Problem ist, ich darf mich nicht bewegen beim Aufnehmen, bin ich dran. Wer die Häuser mit draufkommt, ist mir scheißegal. Ich will nur ein Beweisvideo machen, dass wir bei uns Hornissen haben. Und zwar richtig große, hoffentlich sieht die mich nicht. Hoffentlich nicht, aber die ist weiter oben, scheiße. Die ist aber schwer drauf zu kriegen. Hornisse, ich glaube es nicht. Die will auch mal Musik hören wir mal, ne? Eine echte Hornisse, nehme ich gerade auf. Die hat einen Wert. Und die Häuser kann man nicht so sehen, ob es aber das Ziel kann man erkennen. Ja, ist gut. Boah, die wollte gerade auf mich zufliegen. Schwein gehabt. Scheiße, ich habe einen Sonnenbrand auf dem Rücken. Oh, der Bittnis brennt. Oh, brennt wieder das Viehulder. Mein Rücken brennt bei meinem Sonnenbrand. Kannst du mal nachgucken, bitte? Oh, ist das Vieh da? Kannst du mal nachgucken, das brennt. Ich habe einen Sonnenbrand. Es tut schon weh am Rücken. Ich kann nur vermuten, das ist die Königin. Ja, das ist die Hornissenkönigin. Ne, die Hornissenkönigin ist ja größer. Kannst du mal Rücken bitte nachgucken? Du darfst dich nicht so bewegen, okay? Dann tut dir auch nichts. Nicht so neugierig. Jetzt kannst du dir Henke schicken, ne? Ja, es tut weh, aber einreiben bitte. Ich gehe jetzt gleich nebenher raus. Ich warte, bis es abkühlt, ey. Hoffentlich kommt das Gewitter heute. Heute vereinzelt Gewitter, 50 Prozent. Wahrscheinlichkeit, wenn nicht 100 Prozent. Zwischen 17, jetzt bis 19 Uhr. Aber es glaubt wird selig. Da können sie auch von Jade. Einmal hat gesagt, es wird sonnig bleiben. Kannst ruhig hier reinkommen, die macht nichts. Die greift dich an, die will raus. Wo ist denn die? Die ist am Fenster, das ist eine Hornisse. Bitteschön, ich soll doch ein Video machen. Also bitte, das ist keine Wespe, das ist wirklich eine Hornisse, die ist groß. Für eine Wespe ist sie eigentlich zu groß. Guck mal, das ist eine Hornisse, glaubt ihr. Dann ist das ein Jungtier von einer Hornisse, oder was? Mama, reib bitte meinen Rücken ein, der brennt wie Hulle. Ich hab einen schweren Sonnenbrand. Ich such jetzt was. Ich hab keinen Bock, wieder ins Krankenhaus zu fahren damit. Ja, wenn die jetzt auf mich zukommt, muss ich hier ganz schnell weg, ey. Die will doch nur hier raus. Also es ist definitiv ein Hornisse. Wenn, dann ist das ein Hornissen-Jungtier. So, wir müssen Platz machen, die will die raus. Wo ist sie, wo ist sie? Scheiße, wo ist sie? Da. Ja, willst du raus? Willst du raus? Oh, oh, die kommt auf mich zu. Oh, die kam gerade auf mich zu. Jetzt muss ich handeln. Ich brauch Ruhe, die kam gerade auf mich zu. Die wollte gerade mich testen. Ich glaub, ich bin auch von der gestochen worden. Ich glaub, ich hab anstatt einen Stich auf dem Rücken. Nein. Warte, die fühle ich gleich raus. Warte mal. Du, von der Nüsse? Du, von der Nüsse? Du, von der Nüsse? Du, von der Nüsse? Ich war nicht so lange in der Sonne. Ey, das kann nicht sein. Und warum brennt man Rücken wie Hulle? Das ist keine Wespe. Das ist Hornnüsse. die hat diese komische Muster. Das leitet links hoch. Wieso? Gut, das ist das Gesicht. Ich habe gedacht, die wäre von außen, aber die ist da von innen. Reib den bitte ein, der brennt wie Hulle. Ist da ein Stich? Was denn? Scheiße, ich habe den ersten Sonnenbrand des Jahres geholt. Achtung, die kommt auf uns zu. Ja, schön. Hast du überall reingereben? Ich muss gucken, wie ich die draufkriege. Achtung, die kommt jetzt. Warte, die guckt sich jetzt hier um. Ja, die guckt sich jetzt hier um. Ja, genau.